Sieh dir nur an, was aus dieser Stadt geworden ist. Ja, unglaublich. Einst so strahlend, blühend, voller Touristen und jetzt voller Dreck. Ja, Anarchie trifft es wohl besser. Naja, lass uns die Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen und dann raus aus diesem Loch hier. Richtig, naja, komm. Mal den Zahn zulegen hier. Ja. Leute, hungern! Gratant. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen sie die Vorräte zurück. Dieses Pack. Immer wieder diese brandschatzenden Penner. Aber dafür gibt's ja uns, ne? Die Division. Ja. Na, was hat der dabei? Vermisste Vorratskiste geordert. Okay. Hier ist ein Notfallrucksack. Nimm du den mit. Ich hab irgendwas aufgenommen. Das enden jetzt weiter. Okay. Und hopp. Mal schauen, wie fit du bist. Ja, ich gucke nur gerade, dass uns auch keiner verfolgt. Ah! Geht noch, geht noch. Ah, Mann. Komm schon. Naja. Für sowas wurden wir ausgebildet, um überzeugende zu klettern. Das sag ich dir. Oh, hier stinkt's auch ganz schön, ne? Mhm. Oh. Lebt er noch? Entschuldigung. Oh, den hat's da hingerafft. Da vorne sind sie. Alles klar. Ich überrasch's sie mal. Hallo, Jungs. Auf geht's. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Ich denke, wir haben alle. Ja. Ah, hier sind die Kisten. Für JTF markieren. Okay. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Scheiße. Ein Hinterhalt. Such dir Deckung. Da. Wir gehen ja heute nicht drauf. Na komm. Zeig dein Kopf. Pass auf, einer nähert sich dir. Ja. Ja, ich seh's. Au. Ich schmeiß eine Granate. Ich geh'n Schritt zurück. Geht's dir gut? Puh. Ja. Hast dich verletzt? Nicht schlimm, nur ein Streitschuss. Okay. Ich kann das vielleicht einschätzen nach deiner Geschlechts-OP. Müssen wir in den Teil. Ja, ich guck noch, ob die Bastarde was dabei hatten. Mein Laservisier, das könnte noch nützlich sein. Halt! Stehenbleiben! Okay. Zivilist. Ich sicher, geh du rein. Müssen wir da rein? Ein Radio. Ah ja, noch ne Kiste. Markiert. Jawoll. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Sehr gut. Oh, jeden Tag eine gute Tat, ne? Ja. Ups. Okay, dann lass uns mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Wir könnten mal ein paar Vorräte suchen gehen. Und generell ein bisschen Ausrüstung beschaffen. Hat's hier hinten noch irgendwas Brauchbares? Ne, ich konnte leider nichts finden. Ich würde hier nochmal die Koffer durchsuchen. Aber das scheint auch schon alles geplündert geworden zu sein. Was ist denn mit dem los? Der fällt hier dauernd hin. Der ist ja schon so schwach. Der rutscht aus. Oh mein Gott. Was ist mit dem los? Ich glaube, der Kollege ist auf Droge. Mit dem Kopf durch jemand. Ach ja. Ja, Achtung, es ist glatt hier. Nur ruhig dich doch mal, Mensch. Ach, um Gottes Willen. Junge, wir haben alles geklärt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht bekommt ihn, bekommt ihn auch der Virus nicht. Vielleicht ist er infiziert. Ich war, ja, lass uns lieber mal. Ja, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und irgendwas stimmt mit dem nicht. Oh, es beginnt zu schneiden. Ich brauch dringend eine dickere Jacke. Oh, warte mal. So viel Action. Ich muss gerade mal ein bisschen normal gehen. Uh. Mal durchschnauben. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen. Ich gucke mal auf die Karte. Ja, tu das mal. Alles ruhig. Wir könnten natürlich zurück ins Safe House gehen und gucken, ob es da was hat. Aber ich glaube, wir werden die Morphin-Vorräte suchen gehen. Agent. Diese Plünder haben eine Kiste Morphin gestohlen. Kann auch gebraucht werden. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Auf geht's. Wieder unter dieser hässlichen Brücke. Ja, wenigstens hat er einen glücklichen Tod gehabt. Er war nämlich ziemlich besoffen. Halt, stehen bleiben. Wollen Sie sich mit mir anlegen? Oh. Was ist das mit dem Anlegen wollen? Da ist ein Punks. Oh mein Gott. Hast du dich gerade gesprengt? Ich nicht, nein. Oh, verschoben ist. Äh, im Gas. Die Schweine. Die Granate fallen lassen. Egal, ich habe wieder einen Griff fürs Gewehr bekommen. Oh, warte mal. Ich brauche kurz einen Moment. Ich sehe kaum was. Alles gut. Erhol dich erst mal. Ob es hier noch Munition drin gibt? Ah, leider verschlossen. Kriegt das Schloss aber auch nicht auf. Okay, lassen wir uns weitergehen. Tja. Ja, das war eine trostlose Stadt mittlerweile. Ja, aber sie hat doch irgendwie ihre Schönheit behalten. Also, wenn man nicht gerade nach unten guckt. Hier liegen Tannenbäume. Das Ende einer Tradition. Ist das hier Ikea? Nee. Officer, alles gut bei Ihnen? Oh, den hat es auch dahin gerafft. Ah, die Vögel fressen schon. Okay, ich glaube, wir nähern uns langsam. Also, sei auf der Hut. Kinder. Hallo. Alles gut. Beruhigt euch. Okay, Vorsicht. Ich scanne die Umgebung. Drei Mann. Okay. Kannst du die überraschen mit einer kleinen Granate? Versuch es. Ach, das war ein bisschen zu weit. Egal. Immer auf den Kopf, Zier. Ich mach doch. Na, komm. Jawoll. Gegner neutralisiert. Erstmal wieder warm werden. Die Ausbildung liegt ganz schön lang hinter uns. Okay, hier haben wir das Morphine. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sehr gut. Hm, was ist das Suche an ist? Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Pistolenhäuser lag hier. Wir müssen den Bereich verteidigen. Jetzt werden sie jetzt komplett immer mehr Gegner. Such dir Deckung. Warnung. Feind kann die Nähe an sich. Äh. Ach da. Ich hab sie markiert. Au, au. Au. Das Team ist getroffen und bracht Unterstützung. Sei keine Gnade. Komm her, komm her. Ich helfe dir auf. Ja. Hau nicht ab. Ach. Danke. Gut, dass wir hier das Morphine gefunden haben. Nein, ich verdrück mich immer. Ich meine... Ah. Ihr Schweine. Ihr habt ihn verletzt. So was tut man doch nicht. Ja, flieht ihr Schweine. Komm zurück. Ja, so war das nicht gemeint. Granate. Vorsicht. Na, komm. Der nächste. Guck mal, hier geht langsam wie Munition aus hier drüben. Ah, das ist mir auch fast übrig. Oh, oh, wir kriegen noch Stärkung gegen ihr halt. Na, lass mal. Ziel ist sicher. Huch. Boah. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Na, endlich. Danke, dass ihr hier seht. Oh, hier ist ein erweitertes Magazin. Huh. Hm. Ich finde mich... Aber suche ich den nicht gründlich, weil ich finde bei denen nichts. Okay. Ich habe hier... Also ich habe jetzt schon wieder drei Sachen gefunden. Splittergranate hatte der hier noch dabei. Ähm, ich fühle mich, als ob ich eine neue Fertigkeit erlangt hätte. Oh. Ich überprüfe das mal gerade in meinem Inventar. Ähm. Okay. Geht halt nicht. Inventar. Ach. Ausrüstung. Oh, ich habe eine schützende Panzerplatte gefunden. Die werde ich doch gleich mal anlegen. Ja, ich habe auch eine bessere Rüstung gefunden. Oh, sieht doch gleich viel besser aus. Ähm. Wie komme ich hier wieder raus? So. Ja, ich komme mit diesem neuen digitalen Kram noch nicht klar. Oh, ich habe auch endlich eine bessere Atemschutzmaske. Wir können also warum keine Sorge mehr haben. Und einen Notfallrucksack. Einen neuen Holster. Ja, ansonsten... Ich würde sagen, ziehen wir weiter. Gucken wir mal auf der Map. Okay. Was ist das schönes Gefühl? Ach so, wie fühlst du meinen neuen Rucksack? Form schön, oder? Vor allem hing da schon ein Discman hinten dran. Oh, nicht schlecht. Nobel. So. Ähm. Hier kommt noch was rein. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Was müssen wir tun? Wir müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Zivilisten retten. Die könntest du auch nie auf dich aufpassen können, ne? Richtig. Dann sag doch extra, bleibt in den Häusern. Da ist keiner in Reihen. Öffnet nicht die Tür. Spricht nicht mit Fremden. Machen wir, machen wir gute Frau. Sie find's schön, dass wir noch da sind. Bestens etwas Dankbarkeit. Müssen wir runter in die U-Bahn? Ja. Ja. Gut, dass ich eine neue Atemschutzmaske habe. Das wurde immer wieder gesagt, geht nicht in die U-Bahn-Schächte. Plünderer und dergleichen. Okay, kannst du, kriegst du das Tor auf? Ja, der Schalter war leicht zu öffnen. Auch bei dieser Eiseskälte. Einer muss es ja machen. Ja. Wenn nicht wir, wer dann... Oh, erst mal raus hier aus der Gülle. Geht's? Mann, Mann, Mann. Ja, bin schon da. Okay, ich geh vor. Ich scanne die Gegend. Feinde sollten markiert sein. Okay. Okay. Boom, baby. Boom. Pass auf, trifft nicht die Zivilisten, ne? Ich drücke vor. Wir hatten immer mehr. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen, glaube ich. Boah. Ach, sehr gut. Jawoll. Munition. Gar nicht wenig. Warum krieg ich nix? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich. Bitteschön. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Kommt raus, Jungs. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, dann gehen Sie. Es ist alles sicher. Hopp, raus hier. Hör mal, habt ihr hier reingeschissen, ihr Schweine? Oh. Lass mich da auch mal reingucken. Ja, hier, bitteschön. Ah, neuer Holz. Wusstest du gleich, dass der Schutzpanzer dir nicht passt, wa? Ich hab mir den Pistonenholster genommen. Okay. Oh, ich werd gleich mal gucken hier, dass ich mir die neue Weste anziehe. Hat's ja noch irgendwas, wenn wir schon hier sind? Ich mein, von irgendwas müssen auch wir leben. Können wir gleich mal gucken. Ich hab bei dem einen noch eine Schrotflinte gefunden. Ah, jetzt noch ein Rucksack. Ja, ich hab auch eine. Okay. Ah, Medipack. Ach, und genau, ich könnte mal gerade noch schnell ein neues Magazin nehmen. Jetzt hab ich denn hier Laser, Vertikalgriff. Laserrot. Ah, jetzt verstehe ich das langsam hier. Das komische Computerterminal. Hier hab ich einen Griff für. So. Ah, ich kann meine Waffen upgraden. Das ist ja interessant. Ach so was. Jetzt bastelt der noch um hier. Sehr schön. Angeblich hab ich jetzt einen roten Laser. Oh ja. Willst du mal meinen Laser sehen? Ähm, weiß ich nicht, ob ich das will. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Ja. Hat was, oder? Oh, was hast du denn nie fallen? Das ist ein Medikit? Er ist noch. Ja. Ich kann's aber nicht. Ich kann's vertragen. Mein Rucksack ist zu schwer. Ach. Sonst ist hier nichts weiter? Ich hab noch nichts gefunden, nein. Ja, aber ich würd sagen, dass... Wir haben hier Sicherheit auf jeden Fall. Ich würd sagen, wir machen... Wir ruhen uns hier mal ein bisschen aus, oder? Ja. Suchen uns hier eine Ecke. Genau. Ja. Und dann schlafen wir eine Runde. Richtig. Mal schauen, was der nächste Tag bringen wird. Genau. Mach's gut. Gute Nacht.